Wenn ich heute Mario spiele, ist es ein Stück Kindheit. Viele Sachen sind neu. Jawohl, da kann man fliegen mit. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Yoshi ist dabei, auf ihm kann man reiten. Dann gab es sogar eine Skelett-Achterbahn. Super, einfach klasse. New Super Mario Bros. für Wii.